So, wir wollen uns weiterhin beschäftigen mit regulären Ausdrücken und weiterhin damit beschäftigen, wie man von Automaten zu regulären Ausdrücken gelangt. Eine Methode dafür hatte ich Ihnen schon gezeigt und heute wollen wir uns noch eine zweite anschauen. Mein Name ist Markus Krötz, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserer Videoreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten. Und die Darstellung unserer Landschaft, wie wir sie bisher in den Videos erarbeitet haben, ist hier nochmal schön zusammengefasst. Sie haben ganz unterschiedliche Darstellungen von regulären Sprachen kennengelernt, mit Automaten verschiedener Arten, mit Grammatiken und natürlich mit regulären Ausdrücken. Und wir hatten schon für viele dieser Dinge gezeigt, wie man sie ineinander übersetzen kann und dadurch gesehen, dass alle in ihrer Ausdrucksstärke genau äquivalent sind. Was uns noch fehlt, ist eine zweite Möglichkeit, die ich Ihnen noch kurz zeigen wollte, für die Übersetzung von nichtdeterministischen Automaten in reguläre Ausdrücke. Ob die angenehmer oder weniger angenehm ist für die Abarbeitung, können Sie dann selbst entscheiden, aber vorstellen möchte ich Sie auf jeden Fall mal. Es ist auch eine interessante Methode in der Hinsicht, dass sie ganz anders ist als die Ersetzungsmethode mit Gleichungssystemen, die wir zuletzt gesehen haben, weil sie diesmal dynamische Programmierung anwendet und auf diese Art aus kleinen Teillösungen unseres Problems immer größere Lösungen konstruiert, bis wir letztlich den gesamtregulären Ausdruck vor uns haben, den wir suchen. Okay, wir werden gleich sehen, wie das funktioniert. Die Idee ist ganz ähnlich wie beim letzten Mal. Wir beginnen mit einem nichtdeterministischen Automaten. Wir suchen einen regulären Ausdruck, der seine Sprache beschreibt. Aber der Ansatz ist leicht unterschiedlich. Wir schauen uns jetzt nicht einen einzelnen Zustand an und definieren Ausdrücke für den einzelnen Zustand, wie wir das bisher gemacht haben, sondern wir schauen ein Paar von Zuständen an, Zustände Q und P und wir definieren für jedes solche Paar einen regulären Ausdruck, Alpha Q, P, der die Sprache darstellen soll, genau der Wörter, die man erkennen kann, wenn man in diesem Automaten mit Q als Startzustand beginnt und am Ende in P als Endzustand abschließt. Das heißt, die Sprache ist auch wieder so ähnlich wie beim Ersetzungsverfahren. Da hatten wir Sprachen Alpha Q, die dadurch entstanden sind, dass wir im Startzustand Q begonnen haben und dann in einem beliebigen gegebenen Endzustand abschließen konnten. Hier gehen wir noch einen Schritt weiter und legen auch noch den Endzustand fest. Das heißt, ich kann das so definieren, dass ich sage, die Sprache dieses Ausdrucks soll aus allen Wörtern, aus Sigma Stern bestehen, für die es einen Weg von Q nach P gibt, der mit diesem Wort beschriftet ist im Automaten oder etwas genauer mit unserer verallgemeinerten Übergangsfunktion kann ich das beschreiben, indem ich sage, dass dieser Endzustand P einer der Zustände sein sollte in der Menge der Zustände, die ich von Q aus erreichen kann, wenn ich das Wort W im nichtdeterministischen Automaten einlese. Und das ist natürlich immer eine Menge, weil durch den Nichtdeterminismus es manchmal mehrere mögliche Zustände gibt, zu denen ich gelangen kann, nachdem ich Q weh gelesen habe. Und wie schon gesagt, man kann das auch einfach als Sprache eines abgewandelten Automaten auffassen, der den Startzustand Q und den Endzustand P hat. Okay, wenn ich es also schaffe, solche regulären Ausdrücke irgendwie zu konstruieren, dann habe ich das Problem im Prinzip gelöst, weil ich weiß, dass die Sprache des Automaten insgesamt sich ergibt als Vereinigung dieser Teilsprachen. Und zwar muss ich ja nur die Sprachen für all diese Alpha-Q-P-Ausdrücke vereinigen, bei denen Q irgendeiner der Startzustände ist und P irgendeiner der Endzustände. Das heißt, ich bilde für jedes Paar aus Start- und Endzustand den entsprechenden Ausdruck und die Vereinigung all dieser Sprachen ergibt dann alle Wörter, die dieser Automat akzeptieren kann. Und wenn man etwas so mit Vereinigungen schreiben kann, dann wissen wir natürlich, können wir das auch mit regulären Ausdrücken schreiben. Da das hier endliche Vereinigungen sind, ergibt sich eine endliche Alternative für die regulären Ausdrücke hier. Ich kann also diese beiden Vereinigungen reinziehen in die Klammer sozusagen. Und Sie erinnern sich, dieses Sigma hier steht für eine Art verallgemeinerte Einsummenzeichen, ja, eine verallgemeinerte Alternative, bei der wir also zwischen all diesen Alpha-Q-P-Ausdrücken eine große Alternative bilden, wobei Q und P eben aus diesen Mengen stammen. Okay, das heißt, wenn es uns gelingt, das zu beschreiben solcher Ausdrücke, dann ist das Problem auch hier gelöst. Die Frage ist jetzt, wie kommt man dahin? Wie schafft man das, diese Ausdrücke zu beschreiben? Es scheint auf den ersten Blick auf jeden Fall noch ein bisschen komplizierter als beim letzten Mal, weil wir jetzt plötzlich für jedes Paar von Zuständen so einen Ausdruck brauchen, nicht nur für jeden möglichen Startzustand ein. Das heißt, wir haben mehr Ausdrücke. Und es wird noch in diesem Sinne ein bisschen komplizierter, denn wir müssen noch feiner unterteilen. Wie schon gesagt, dynamische Programmierung lebt ja davon, dass wir das große Problem, was wir lösen wollen, in viele kleine Probleme zerlegen und dann einen Weg finden, wie wir Lösungen, die diese kleinen Probleme lösen, also Teillösungen des Problems, kombinieren können, um daraus immer größere Lösungen zusammenzubauen. Das ist das Wesen von dynamischer Programmierung, dass man aus guten Teilergebnissen ein gutes Gesamtergebnis konstruieren kann. Das ist nicht für jedes Problem. Was man in der Informatik lösen will, ist das möglich so, aber in wichtigen und interessanten Fällen funktioniert es und so auch hier. Wir müssen aber, wie gesagt, die Probleme noch etwas kleiner machen und noch etwas spezieller. Und dafür werde ich noch ein Parameter einführen. Wir haben weiterhin unseren NFA hier. Wir nehmen jetzt zusätzlich an, dass die Zustände nummeriert sind. Also ich gehe davon aus, die Zustände in Q heißen Q1 bis Qn. Das ist natürlich ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Ich kann meine Zustände ja nennen, wie ich möchte. Das ändert an der Sprache nichts. Aber es macht es uns ein bisschen leichter, weil wir dann nicht jedes Mal Q mit irgendeinem Index schreiben müssen, sondern es reicht dann, die Zahl anzugeben und wir wissen, welchen Zustand wir meinen. Ich könnte sogar so weit gehen, dass ich sage, die Zahlen sind die Zustände. Aber der Klarheit halber habe ich es hier mal als Index stehen lassen, sodass wir immer Q darüber schreiben und dann sehen, es sind Zustände gemeint. Okay, jetzt kann ich meine Teilprobleme wie folgt definieren. Und zwar gegeben, so in Automaten M, betrachte ich jeweils zwei Zahlen I und J aus der Liste der Zahlen 1 bis N, die die Zustände nummerieren. Das sind im Prinzip die gleichen, diese beiden Zahlen geben das Gleiche an wie zuvor. Das ist mein Q und mein P, mein Anfangs- und mein Endzustand, aber diesmal nur als Index. Und zusätzlich nehme ich noch eine dritte Zahl, die ich K nenne und die fast die gleiche Reichweite hier, als was die gleiche Domäne, den gleichen Wertebereich hat, sollte ich sagen, ja, aber von Null auch anfängt. Das heißt, hier darf auch Null stehen oder einer der Index der Indizes der entsprechenden Zustände. Okay, gegeben all diese Dinge, also Automat und jeweils drei dieser Zahlen, definieren wir jetzt Sprachen der Form L hoch K mit I, J in eckigen Klammern. Das heißt, die Sprache hängt von diesen drei gewählten Zahlenwerten ab. Und die Intuition bei diesen Sprachen ist sehr einfach eigentlich. Es sind einfach die Sprachen aller der Wörter, die man erkennen kann, wenn man im Startzustand QI beginnt, im Endzustand QJ endet. Das ist eigentlich wie gerade eben. Aber zusätzlich noch die Bedingung aufstellt, dass auf dem Weg vom Start zum Endzustand nur Zustände durchlaufen werden, die ein Index kleiner gleich K haben. Also kein Zustand darf größer als K sein auf dem Weg zwischen I und J. I und J selbst könnten größer als K sein, aber in der Mitte zwischen denen dürfen keine größeren Zustände vorkommen. Das heißt, wir schränken nochmal ein, welche möglichen Läufe wir überhaupt betrachten wollen. Formal wird das so definiert, dass ich also schreibe, diese Sprache ist die Menge aller Wörter A1 bis AL, also aus irgendwelchen Zeichen bestehen, für die es einen Lauf gibt, der in QI beginnt und in QJ endet und eben genau über diese Zeichen geht und in dessen Mitte sich diese Zustände, die ich hier mal mit P1 bis PL-1 bezeichnet habe, befinden. Und für diese Zwischenzustände, die echt zwischen QI und QJ liegen, fordere ich jetzt, dass sie im Bereich Q1 bis QK sich befinden. Okay, wir werden gleich noch ein paar Beispiele davon sehen, dass wir uns das noch ein bisschen besser vergegenwärtigen können, was hier genau gemeint ist und wie diese Definition funktioniert. Gesucht sind jetzt für diese Sprachen jedenfalls, das sind unsere Teilprobleme, jeweils reguläre Ausdrücke, die genau diese Sprache beschreiben. Diese Ausdrücke nennen wir Alpha hoch K mit I,J in eckigen Klammern, analog zur Sprache. Also das heißt, wir sind noch einmal einen Schritt zurückgegangen, haben unser Ziel nochmal ein bisschen verallgemeinert oder abgeschwächt, wenn man so will, anstatt gleich die Gesamtsprachen zu berechnen, die man erhält, wenn man von I nach J geht oder von Q nach P, wie ich es vorher genannt hatte, berechnen wir erstmal nur die Sprachen, die Wörter enthalten, bei denen man von I nach J geht und dabei nicht allzu viele andere Zustände als Zwischenzustände in Betracht zieht, sondern nur eben die, die in diesem begrenzten Bereich liegen. Okay. Und der entscheidende Parameter jetzt für die dynamische Programmierung ist dieser Wert K. Wir werden diesen Wert K langsam erhöhen und dabei immer größere Sprachen ermitteln und letztlich irgendwann das gesamte Problem gelöst haben, wenn K groß genug ist. Es wird sich zeigen, für kleine K, also das kleinste K ist K gleich 0, geht es recht einfach, eine Lösung zu finden. Für größere K müssen wir diese kleinen Lösungen dann irgendwie kombinieren, um größere zu erhalten. Okay. Überlegen wir uns erstmal, was diese kleinen und großen K jeweils bedeuten. Der Fall, zu dem wir letztlich gelangen wollen, ist der Fall K gleich N. Das ist also das maximale K, das wir wählen können. Und wenn wir K gleich N wählen, mit dieser Definition, die ich hier nochmal hingeschrieben habe, das ist die gleiche wie eben, dann ist die zweite Bedingung automatisch immer erfüllt. Denn wenn ich fordere, dass PI im Bereich Q1 bis Qn liegen, dann heißt es ja nichts weiter, als dass ich fordere, dass PI irgendein Zustand ist. Das heißt, ich lasse beliebige Zwischenzustände zu und die einzige Bedingung ist, dass es einen Lauf gibt, der von dem ersten Zustand Qi beginnt und im Zustand Qj endet. Das heißt, die Menge aller Wörter in Lnij ist einfach die Menge aller Wörter, die zwischen Qi und Qj gefunden werden können. Und das bedeutet, dieser spezielle Ausdruck Alpha Nij ist nichts weiter als der Ausdruck oder eine mögliche Lösung für den Ausdruck Alpha Qi Qj, von dem ich vorher schon gesprochen hatte. Also das wäre so ein Teilausdruck, der die Sprache zwischen zwei Zuständen genau beschreibt. Gut, dahin wollen wir. Das ist das endliche Ziel dieser dynamischen Programmierung. Beginnen mit der Berechnung wollen wir aber am anderen Ende mit dem kleinsten möglichen k und das ist k gleich 0. Auch hier wieder die gleiche Definition wie vorher. Und was wir da beobachten können, ist, dass für k gleich 0 hier eine leere Menge steht. Ja, also die Menge Q1 bis Qk, wenn k gleich 0 ist, Qk, Q0 gibt es überhaupt nicht. Das ist also die leere Menge, soll hier gemeint sein. Das bedeutet, es gibt keinen Zustand, dessen Index kleiner gleich k ist, weil ja die Zustände mit 1 beginnen. Das bedeutet, wenn ich k gleich 0 fordere, dann kann ich überhaupt nur Läufe betrachten, bei denen es keine Zwischenzustände gibt. Kein Zwischenzustand hat einen so kleinen Index. Das bedeutet, ich kann entweder Läufe in Betracht ziehen, bei denen man mit einem Schritt direkt vom Anfang zum Ende gelangt. Qi ist direkt verbunden mit Qj. Dann kann da auch nur ein einzelner Buchstabe dran stehen und kein längeres Wort. Oder, falls i und j gleich sind, dann käme noch in Frage, dass ich einen Lauf der Länge 1 habe, also in dem nur ein Zustand auftaucht, in dem es gar keinen Übergang gibt. Dann wäre das erkannte Wort Epsilon. Also man kann auch von einem Zustand zum selben Zustand zurückgelangen mit einer Schlaufe. Das wäre auch möglich, aber es ist eben auch möglich, dass man einfach in diesem Zustand bleibt und das leere Wort akzeptiert. In jedem dieser beiden Fälle, also unabhängig davon, ob das zwei verschiedene Zustände sind oder der gleiche, kann man also die regulären Ausdrücke, die man für k gleich 0 braucht, direkt aus dem Automaten ablesen. Denn das sind wirklich nur die Übergänge, wie sie schon auftauchen, entweder mit oder ohne Epsilon. Das heißt, für phi gleich 0 ist es sehr leicht, die entsprechenden regulären Ausdrücke zu bilden. Und die Herausforderung ist es jetzt, dass man es schafft, von kleinen Zahlen für k, von k gleich 0 zum Beispiel, zu immer größeren Zahlen zu gelangen und die entsprechenden korrekten Ausdrücke zu berechnen. Und das geht relativ automatisch, relativ mechanisch, ohne viel Denken, aber mit relativ viel Schreiben, wie wir sehen werden. Okay, gut. Hier ist nochmal die genaue Definition für den Fall k gleich 0. Ich habe gerade schon beschrieben, dass das nicht schwer ist, aber hier steht es nochmal im gelben Kasten, wie das funktioniert. Wenn ich also eine bestimmte Menge von Beschriftungen habe zwischen I und J, also ich nenne die mal A1 bis AM, die Symbole aus Sigma, die auf einer direkten Verbindung zwischen Q1 und QJ auftauchen. Wobei jetzt I gleich J sein darf oder auch nicht, das ist an der Stelle egal. Dann kann ich sagen, falls die beiden unterschiedlich sind, also falls I ungleich J ist, dann ist der gesuchte Ausdruck für Alpha 0 IJ einfach nur die Alternative zwischen diesen verschiedenen Bezeichnungen, die es da gibt. Ich kann eine der Übergänge wählen, das sind die einzigen Läufe, die ich durchführen kann. Und falls I gleich J ist, dann ist es dasselbe, aber zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit mit dem leeren Übergang Y, mit dem leeren Wort Y einfach am Ort zu bleiben. Okay. So erhalte ich also die Fälle für K gleich 0. Okay. Jetzt zu den Fällen für K plus 1. Also ich möchte jetzt einen Schritt nach oben gehen. Das könnte also erstmal zu K gleich 1 sein, zum Beispiel, wenn ich bisher nur die 0 berechnet habe. Zur Bestimmung von Alpha K plus 1 für ein I und J verwenden wir jeweils die Ausdrücke Alpha K von I Strich J Strich. Also das heißt, die Ausdrücke, die wir hier benötigen werden, sind vielleicht nicht nur für den gleichen Start- und Endzustand, sondern auch für andere Zustände. Wir werden gleich sehen, warum. Die wichtige Bedingung steht nochmal hier für die Erinnerung. Wir suchen also einen Lauf. der den richtigen Anfangs- und Endpunkt hat und der dazwischen nur Zustände verwendet, die aus dem zulässigen Bereich stammen. Jetzt haben wir den Bereich ja gerade erhöht. Also wir gehen gerade zu K plus 1. Bisher hatten wir nur über Läufe nachgedacht in unserer dynamischen Programmierung, bei denen man Zustände bis maximal Index K als Zwischenzustände betrachten darf. Und jetzt haben wir plötzlich K plus 1. Das heißt, es könnte sein, wir dürfen jetzt mehr Zustände als Zwischenzustände betrachten. Das heißt, es könnte sein, dass wir zusätzliche Läufe dadurch erhalten. Es gibt aber diese zwei Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit ist bei K plus 1, dass weiterhin keiner der Zwischenzustände dieser zusätzlich zulässige Zustand Q K plus 1 ist. Also wir kommen mit mit K plus 1 lassen wir ja einen Zustand zusätzlich zu und es ist jetzt nicht gesagt, dass wir den überhaupt brauchen, um von I nach J zu gelangen. Das heißt, es kann weiterhin einen Lauf geben, der nur die Zustände von 1 bis K verwendet. Die zweite Möglichkeit, das ist die interessantere, ist aber, dass durch diese Erweiterung von K zu K plus 1 man zusätzliche Läufe zulässt, die man vorher ausgeschlossen hat. Und das ist immer genau dann der Fall, wenn innerhalb eines solchen Laufes irgendwo der Zustand Q K plus 1 aufgetaucht ist. Das hätte man vorher nicht erlaubt, das wäre dann nicht gezählt worden, aber jetzt ist es möglich, das zu zählen. Und der Kniff hier ist, dass man sich überlegt, wie diese Läufe dann aussehen. Also wie allgemein so ein Lauf geformt wäre, der irgendwie über Q K plus 1 geht. Das Interessante ist ja, wenn Q K plus 1 vorkommt in so einem Lauf, dann muss es nicht nur einmal vorkommen, es könnte auch mehrfach auftauchen. Ich weiß, dass dieser Lauf, also hier das schwarze soll der Lauf sein, diese lange Zeile, ich weiß, dass dieser Lauf irgendwie mit Q I beginnt und irgendwie mit Q J endet, das ist klar. Aber was kann ich über die Struktur dazwischen sagen? Naja, ich kann sagen, es gibt irgendwie einen bestimmten Teil von Zuständen, die man durchläuft, die nur bis K gehen. Also ich habe vielleicht in bestimmten Bereichen nur Zustände zwischen Q1 und Q K, die bisher auch schon erlaubt waren. Aber dann kommt irgendwann mal Q K plus 1. Also irgendwo in dem Lauf, ich weiß nicht, wie lange das dauert, das könnte sein, es ist gleich der zweite Zustand, es könnte auch sein, hier kommen erst tausend andere Zustände, bis irgendwann mal Q K plus 1 kommt. Aber jedenfalls irgendwo ist dieser Zustand, der bisher nicht erlaubt war. So würde also so ein Lauf beginnen. Und es ist aber natürlich möglich, dass Q K plus 1 mehrfach vorkommt. Und dieses mehrfache Vorkommen kann ich auch wieder so fassen, dass ich sage, nachdem das erste Mal Q K plus 1 aufgetaucht ist, könnte es wieder beliebig oft passieren, dass Q1 plus Q K wiederholt werden. Nullmal, tausendmal, wie auch immer. Und dann kommt nochmal Q K plus 1. Und das kann immer wieder passieren. Also Sie sehen, hier habe ich Klammern gesetzt. um diesen Ausdruck und da wieder ein Stern dahinter geschrieben. Das bedeutet, es kann beliebig oft vorkommen, dass wieder einige Zustände sind, die nicht Q K plus 1 sind, bis dann wieder Q K plus 1 steht. Und zu guter Letzt habe ich nochmal eine bestimmte Kette von Zuständen, die nicht Q K plus 1 sind. Und letztlich endlich mein Endzustand. Also das ist eine ziemlich lange Kette und das ist ziemlich allgemein, wenn ich so aufschreibe. Und Sie sind jetzt vielleicht verwirrt und sagen, aber es ist jetzt nicht sehr klar, was hier steht. Viele Klammern, sind ziemlich schwer zu interpretieren, die ganze Sache. Aber es lässt sich ein bisschen schöner noch visualisieren. Und zwar mache ich das hier mit den Farben darunter. Im Prinzip kann ich diesen Lauf zerteilen in mehrere Teilläufe. Der rote, der Anfang, ist der Lauf, der zum ersten Q K plus 1 führt. Ich gehe ja davon aus, dass es diesen Lauf gibt. Also der Fall 2 ist ja nur für die Fälle, wo Q K plus 1 irgendwo fortkommt. Das heißt, irgendeinen ersten Q K plus 1 muss es auch geben. Ich komme also hier nur von QI bis Q K plus 1 mit einem Lauf, der, wie wir hier sehen, in seiner Mitte ja nur Zustände zwischen 1 und K hat. Kein Q K plus 1. Und das ist entscheidend. Da sehen Sie schon, wie wir, ja, da kommt die dynamische Programmierung rein. Denn über solche Läufe, die in der Mitte nur bis K gehen, haben wir ja schon was ausgerechnet. Das ist das erste Stück. Vom Anfang zu Q K plus 1. Dann kann ich beliebig oft in der Mitte wieder von Q K plus 1 zu Q K plus 1 kommen mit einem mehr oder weniger langen Lauf, der in den Übergängen wieder dazwischen nur kleinere Zustände bis K enthält. Das kann ich so oft machen, wie ich möchte. Oder wie möglich eben in dem Automaten. Und dann kommt das letzte Stück hier grün markiert, dass ich wieder von Q K plus 1 zurück zu Q J gehe. Und Sie sehen, dass diese drei Läufe passen immer zusammen. Also insbesondere, wenn der mittlere Teil null mal vorkommt, dann ist der erste Teil einfach nur ein Lauf, der vom Start zu Q K plus 1 führt und der hintere Teil ist ein Lauf, der von Q K plus 1 zum Ende führt. Das heißt, wenn ich das zusammensetze, dann habe ich einen langen Lauf, der vom Start zum Ende gelangt, so wie ich das wollte. Okay. Und nachdem wir diese Analyse gemacht haben und das so aufgeschrieben haben, ist es jetzt relativ einfach, mit dynamischer Programmierung den entsprechenden Ausdruck zusammenzusetzen. Und zwar geht das so, dass ich einfach sage, Alpha von K plus 1 mit diesem I und J ist einfach Alpha von K mit I und J. Das ist der erste Fall. Ich habe keine neuen Zustände benutzt. Ich benutze die, die ich bisher auch hatte und benutze und bilde die Wörter, die dadurch entstehen. Oder Alternative, der zweite Fall, ich habe ein Alpha K von I bis K plus 1, der rote Teilpfad, dann mit Sternchen markiert, beliebig oft, Alpha K von K plus 1 bis K plus 1 und dann zum Abschluss der grüne Teil Alpha K von K plus 1 bis J. Okay, gut. Jetzt schwimmt Ihnen wahrscheinlich der Kopf von den vielen Indizes, aber letztlich ist es doch recht einfach. Hoffe ich, wie man das so sieht, wie man das zusammenbaut. Denken Sie nochmal in Ruhe drüber nach. Wichtig an dieser Stelle ist die Beobachtung, dass der gesamte Ausdruck Alpha K plus 1 nur aus Teilausdrücken der Form Alpha K besteht. Wir haben das geschafft durch diese besondere Zerlegung, die wir hier gemacht haben, die erstmals recht beliebig erscheint und nicht ganz ersichtlich ist, warum wir die wollen. Durch diese besondere Zerlegung haben wir es geschafft, das Problem zurückzuführen auf Teilprobleme, die nur noch Zwischenzustände bis K benötigen. Und damit können wir also aus dem, was wir schon wissen, zum Beispiel, wenn wir mit 0 angefangen haben, aus den Ausdrücken für Alpha 0, können wir jetzt die nächste Stufe, zum Beispiel Alpha 1, einfach durch Hintereinanderschreibung, durch entsprechende Kompositionen der regulären Teilausdrücke und einige zusätzliche Kleini-Sternchen zu neuen Ausdrücken zusammenbauen, die dann die nächste Stufe, die Lösung für die nächste Stufe darstellen. Okay, gut. So, jetzt wollen wir uns das Ganze mal im Beispiel ansehen. Das ist, wie Sie sich schon denken können, eine ganze Menge Rechenarbeit, weil man einfach so viele Kombinationen hat. Für jedes K brauche ich für jedes Paar von Zuständen einen Ausdruck. Okay, aber wir machen es mal hier und dann sehen wir, wie das funktioniert und auch ein bisschen, wie man praktisch damit umgeht, wenn man diese Berechnung jetzt durchführen will, damit man das irgendwie sinnvoll aufschreiben kann. Der Automat, den ich betrachte, ist wieder der gleiche, den wir im letzten Video schon angesehen haben, mit drei Zuständen und zunächst bilde ich mal für den Fall K gleich 0 die entsprechenden Ausdrücke hier. Drei Zustände bedeutet, ich habe 3 mal 3 mögliche Paare und die alle möchte ich jetzt, diese sechs Ausdrücke, möchte ich für K gleich 0 bilden. Beginnen wir mal mit Zustand 1 und 1 selbst. Von 1 nach 1 gibt es, da ist der gleiche, i ist gleich j in dem Fall, ja, und Sie sehen, ich benutze hier die einfache Notation, dass ich einfach die Zahlen, ich schreibe hier nicht q1, sondern einfach 1, ich hoffe, das verwirrt Sie nicht, dass es also beabsichtigt und macht es ein bisschen lesbarer. das von 1 zu 1 zu gelangen, kann ich jetzt also mit dem Wort Epsilon, man kann einfach im Zustand 1 stehen bleiben und das ist ja auch der Endzustand, das modifizierte Automaten, das heißt, das reicht, da habe ich keine Zwischenzustände, das ist garantiert in Alpha 0 und Pfeile von 1 nach 1 gibt es nicht, also bleibt es dabei. Von 1 nach 2 gibt es kein Epsilon, weil das nicht der gleiche Zustand ist, aber ich kann mit dem Übergang A hier hingelangen, das heißt, ich habe hier Alpha 0 1 2 ist der reguläre Ausdruck A. 1 3 wird C, 2 1 wird die leere Menge, hier kann ich überhaupt nichts tun, von 2 ist nicht gleich 1, das heißt, Epsilon ist nicht enthalten, es ist aber auch kein Übergang möglich von 2 nach 1, das heißt, ich habe hier wirklich die leere Menge und das ist jetzt dieser Fall, wo wir eine verallgemeinerte Alternative ausrechnen, für die es überhaupt keine Werte gibt, also es gibt hier keinerlei Übergänge und das wird dann als leere Menge dargestellt. 2 nach 2 muss Epsilon enthalten, aber zusätzlich enthält es auch noch eine Schlaufe hier, dieses B und damit haben wir hier mal eine echte Alternative zwischen zwei Möglichkeiten, 2 nach 3 ist wieder unmöglich, gibt es also nur die Null und jetzt noch für 3, da ist es auch relativ einfach, von 3 aus haben wir keine Übergänge, da bleibt vieles leer, außer von 3 nach 3 selbst, da kann ich natürlich das Epsilon haben. Okay, das ist also die, sind die verschiedenen Möglichkeiten, die ich hier habe und jetzt wollen wir versuchen, dass diese Sache auf die nächste Ebene zu übertragen, das heißt, wir wollen jetzt als nächstes die Cs für 1 ausrechnen und zwar machen wir das so, dass wir, pardon, hier hat es gerade gerumpelt, dass wir die Ausdrücke für die Null kombinieren und das Schema dafür haben wir ja gerade kennengelernt, die Kombination dieser Ausdrücke ist einfach nur so aufzuschreiben und im Prinzip können wir das völlig mechanisch tun. Sie sehen aber schon, der Ausdruck wird relativ lang, also wir haben hier für A1, 1, 1, diesen Ausdruck hier mit A011, der aus Epsilon, der einfach Epsilon ist und wir haben noch diesen längeren Ausdruck, der auch wieder eine Menge Verwendungen des Wortes Epsilon hat, die aber letztlich alle nur natürlich hintereinander geschrieben auch das leere Wort ergeben, also Epsilon mit Epsilon Stern und nochmal Epsilon ergibt Epsilon und das bedeutet, dass wir hier am Ende nichts weiter als Epsilon erhalten. Also diese Vereinfachung zu machen ist wichtig, sonst wird der Ausdruck unbeherrschbar groß und unübersichtlich. Bei 1, 2, auch wieder hier, einfaches Einsetzen ist gefragt, wir betrachten zunächst den Fall 0, 1, 2, das ist einfach der Fall, in dem wir keinen neuen Zwischenzustand durchlaufen und da kam A heraus und dann haben wir diesen zusammengesetzten Ausdruck hier, der das Wort von 1 nach 1, ein Wort von 1 nach 1 betrachtet, anschließend beliebig oft nochmal ein Wort von 1 nach 1 und letztlich von 1 nach 2. Auch das ist letztlich nichts weiter als A. Also auch hier kommen wir zu keinen neuen Wörtern. Das können wir also zu A vereinfachen. Und das können wir jetzt an allen Stellen machen und es stellt sich heraus für all diese sechs, äh, für all diese Pattern 9 verschiedenen Ausdrücke, die wir hier haben, gibt es überhaupt keine Änderung. Alpha 1 ist jeweils genau das gleiche wie Alpha 0. Und der Hauptgrund ist, dass dieser neue Zustand 1, den wir hier zulassen, zusätzlich zu dem 0. Zustand, ja, bisher gab es keine Zwischenzustände. Ja, wir lassen jetzt bei Pfaden den neuen Zwischenzustand 1 zu, aber es gibt keine interessanten Pfade mit diesem Zwischenzustand. Das sieht man auch relativ leicht hier. Ich kann keinen Pfad bilden, bei dem 1 nicht der Anfang ist, sondern irgendwo an zweiter oder dritter Stelle vorkommt in der Mitte, das ist unmöglich. Und das ist auch der Grund, warum hier nichts Neues entsteht und wir letztlich die gleichen Ergebnisse haben. Okay, das ist jetzt der Fall 1. Jetzt wollen wir von 1 zu 2 gehen. Also nur weil jetzt bei 1 nichts passiert ist, heißt das nicht, dass bei 2 nichts passiert, denn das ist ja eine sehr beliebige Reihenfolge, in der wir hier vorgehen. Also wir haben diesen Zustand mit 1 nummeriert, wir hätten auch irgendeinen anderen mit 1 nummerieren können. Und wir nehmen jetzt Schritt für Schritt Zustände hinzu. Als nächstes nehmen wir also den zweiten hinzu und da kann durchaus einiges sich ändern. Fall K gleich 2. Alpha 2, 2 wird wieder gebildet nach der mechanischen Vorschrift. Also ich habe jetzt hier oben die Alpha 1 Werte aufgeschrieben. Gleiche Werte wie vorher, aber überall hat sich die erste Zahl hier geändert. und Alpha 2, 1, 1 ist also Alpha 1, 1, 1 und Alpha 1, 1, 2 gefolgt von beliebig vielen Vorkommen von Alpha 1, 2, 2 und letztlich wieder Alpha 1, 2, 1. Es ist wirklich hilfreich hier zu versuchen, sich zu überlegen, was das jeweils bedeutet. Also das sind in diesem zweiten Ausdruck sind die Wörter, die Teilwörter, die ich erreichen kann, wenn ich von Zustand 1 nach 2 wechsle, mit möglicherweise Zwischenzustand 1. Wobei wir wissen, dass dieser Zwischenzustand keine Rolle spielt, weil da nie auf Pfaden vorkommt. Als nächstes folgen die Wörter, die ich von 2 nach 2 einlesen kann und zuletzt die Wörter, die ich von 2, wenn ich zurückgehe, nach 1 einlesen kann. Also die Idee ist, dass wir hier einen Abstecher machen über den zweiten Zustand und letztlich wieder zu 1 zurückgelangen, denn wir wollen ja ausrechnen, was man akzeptieren kann, wenn man in 1 beginnt und bei 1 endet. Und wir sehen natürlich, es gibt keine Möglichkeit von 2 zu 1 zurückzugelangen, was dadurch dargestellt wird, dass Alpha 1, 2, 1 die leere Menge ist. Und das bedeutet, dass dieser zweite Ausdruck, auch wenn er vielversprechend beginnt, also wir haben hier ein A möglicherweise, um von 1 nach 2 zu gelangen, wir können beliebig viele Bs einlesen, wenn wir in 2 bleiben wollen, aber es endet dann damit, dass wir nicht von 2 zurückkommen, das heißt, hier ist die leere Menge und wir wissen, in der Konkordination ist die leere Menge das Null-Element, das heißt, dieser zweite Ausdruck wird insgesamt die leere Menge sein und ich habe immer noch das leere Wort als einzige Möglichkeit, von 1 nach 1 zu gelangen. Also da hat sich jetzt nichts geändert, aber trotzdem musste man das erst ausrechnen, um das zu sehen. Bei Alpha 2, 1, 2 dagegen passieren mehr Dinge. Ja, ich habe jetzt also 2, 1, 2, also das heißt, ich gehe von 1 nach 2 und ich ende in 2, da sehe ich schon, da ist erstmal was möglich und ich kann aber auch noch 2 als Zwischenzustand verwenden und das ist neu. Bisher konnte ich nur bis 2 gelangen, aber ich durfte keinen längeren Pfad bilden, weil höchstens 1 als Zwischenzustand zulässig ist. Wenn ich 2 als Zwischenzustand haben kann, dann kann ich natürlich beliebig oft durch diese Schlaufe laufen und das B hinzufügen und das wird sich auch in dieser Berechnung hier wieder spiegeln. Also das kann man hier nachempfinden. Es gibt also die alten Pfade, die wir schon hatten, das war einfach das A und dann gibt es die neuen Pfade, die mit A beginnen, dann beliebig oft die Schlaufe durchlaufen und dann nochmal mit dem Weg von 2 nach 2 enden. Und das ist so dargestellt, dass also der erste Teil war also das alte A und der neue Teil ist A, gefolgt von B oder Epsilon. Das ist also der Teil für die Sprache, der Ausdruck von 2 nach 2 und das darf beliebig oft wiederholt werden und es schließt ab mit B oder Epsilon und man kann jetzt leicht sehen, dass man diesen Ausdruck vereinfachen kann zu AB Stern, was auch das ist, was wir erwartet hätten natürlich für AB Stern, ist das, was ich von 1 nach 2 einlesen kann. Können sich überlegen, also dieser zweite Teil ist immer, ist im Prinzip AB plus, aber A mit 0 B ist der erste Teil und deshalb kann ich das als AB Stern schreiben. Wobei, das stimmt auch nicht, AB plus, durch die Alternative kann ich auch hier Epsilon verwenden, da ist das A auch hier mit drin, also der erste Teil ist völlig redundant. Okay, alles klar. Gut, das können wir so berechnen und so geht es weiter. Wir können weitere Berechnungen machen, da passiert jetzt nicht viel, wenn ich von 1 nach 3 gehe, nützt mir der neue Zwischenzustand 2 überhaupt nichts, da kann ich keinen längeren Pfad konstruieren und es bleibt beim C, das lässt sich auch so berechnen und so weiter und so fort. Ich kann für die anderen Fälle auch jeweils Lösungen angeben und wir sehen, dass sich da ein bisschen was ändert, also der 2,2er insbesondere hat denselben Effekt, den wir schon bei 1,2 gesehen haben, man kann jetzt beliebig oft durch die Schlaufe laufen, dadurch wird aus dem B oder Epsilon ein B Stern und die anderen bleiben alle so, wie sie war. Okay, gut. Jetzt kann ich zu K gleich 3 kommen, also was passiert, wenn ich auch 3 als möglichen Zwischenzustand zulasse und da sehen wir schon beim Blick auf den Automaten, na, 4 wird da nicht passieren. 3 als Zwischenzustand nützt uns nichts, denn wir können keine Pfade konstruieren, bei denen der Zustand 3 in der Mitte auftaucht und nicht am Anfang und am Ende steht und irgendetwas Interessantes tut. Ja, also das kann man hier ausrechnen und da wird höchstens syntaktisch sich etwas ändern, aber semantisch bleibt alles gleich, die Alpha 3s sind genau gleich der Alpha 2s. Okay, gut. Gut, ganz schön viel Rechenarbeit, ganz schön viele Indizes, ganz schön viele Möglichkeiten, sich zu verschreiben und zu vertun, aber wenn Sie mal drüber nachdenken, zum Implementieren, wäre das gar nicht schlecht. Also, wenn man das jetzt irgendwie algorithmisch umsetzen wollte, ein Computerprogramm zu schreiben, was das automatisiert und dann die Ausdrücke vereinfacht, ist wahrscheinlich ziemlich effizient und ziemlich einfach, weil Sie wirklich sehr mechanisch vorgehen können. Da muss man überhaupt keine Überlegung reinstecken, was hier der nächste Schritt ist. Also, selbst beim Gleichungssystem kann man noch sagen, da ist die Frage, was ersetze ich als nächstes und dann muss ich entsprechende algebraische Vereinfachungen durchführen. Das ist hier alles nie. Ich könnte im Prinzip riesige Ausdrücke bilden und die erst ganz am Schluss vereinfachen, wenn ich wollte. Oder ich kann sie zwischendurch vereinfachen, so wie wir es hier gemacht haben. Und es wird in jedem Fall nach einer festen Anzahl an Schritten zu Ende kommen. Die Ausdrücke entstehen einfach nur durch Nebeneinanderschreibung der Nullausdrücke immer in größerer Wiederholung. Okay, gut. So haben wir es geschafft. Damit sind wir jetzt also am Ende dieses Algorithmus und jetzt kommt der Punkt, den, wie gesagt, viele gerne mal vergessen. Wir haben jetzt alle Levels dieser Alpha-Is ausgerechnet, aber wir müssen jetzt noch angeben, was denn eigentlich das Gesamtergebnis ist. Und das habe ich jetzt hier unten nochmal aufgeschrieben. Also, Alpha-3 ist natürlich gleich Alpha-N in dem Fall, weil die Anzahl der Zustände der N gleich 3 ist. Und wir können jetzt den Automaten bestimmen, indem wir die Alternative bilden zwischen den allen Alpha-Ausdrücken in diesem Level 3, welche beginnen mit einem Startzustand und enden mit einem beliebigen N-Zustand. Wir haben ja zwei N-Zustände und einen Startzustand. Das heißt, wir haben die Paare 1,2 und 1,3. Und für 1,2 haben wir berechnet A, B-Stern und für 1,3 haben wir berechnet C. Und damit haben wir diesen Gesamtausdruck und das ist jetzt der Ausdruck, der die Sprache des Automaten beschreibt. Und damit sind wir jetzt wirklich fertig. Das ist also der Abschluss dieses Algorithmus und auch der Abschluss dieses Videos. Wir haben jetzt also zwei Methoden gesehen, mit denen man Automaten in reguläre Ausdrücke umwandeln kann. Die eine mit dem Lösen von Gleichungssystemen, die ich glaube etwas einfacher ist, auch für Menschen durchzuführen auf dem Papier. Vor allem dann, wenn die Menschen in anderen Vorlesungen bereits geübt haben, wie man Gleichungssysteme umstellt und Einsetzungen macht, etc. Und die zweite Methode mit dynamischer Programmierung, die vielleicht einen gewissen Charme hat, wenn man es algorithmisch umsetzen wollte, weil sie wirklich so stupide ist, dass man überhaupt nicht denken muss, man darf eben nur keine Zeichen vergessen oder irgendwelche Klammern falsch setzen, ansonsten kommt das Falsche bei raus. Okay. Die Umformungen, die ich Ihnen zeigen wollte, sind damit abgeschlossen. Sie haben jetzt sehr viele unterschiedliche Darstellungen von regulären Sprachen kennengelernt. Wir haben einiges besprochen, wir haben aber nicht sehr viel darüber gesprochen, wie komplex diese Umformungen sind. Also bisher habe ich mich immer damit zufrieden gegeben, dass etwas umformbar ist. Also ich habe nichts dazu gesagt, wie groß zum Beispiel der Automat wird oder ich habe ein bisschen was dazu gesagt, bei der Potenzmengenkonstruktion, aber in vielen Fällen habe ich nicht viel dazu gesagt, wie groß die entsprechenden Darstellungen sind, das sollte man vielleicht noch nachholen und wir haben auch noch nicht darüber gesprochen, ob es möglich ist, minimale Darstellungen, wie man minimale Darstellungen erraten kann, bei Automaten und insbesondere werden wir sehen, wie das geht. Und natürlich das ganz große Thema, was wir überhaupt noch nicht eingefasst haben, ist die Frage, gibt es auch interessante Sprachen, die nicht regulär sind oder ist überhaupt alles, was man irgendwie darstellen kann, regulär? Bisher haben wir noch nichts gesehen, was dem widerspricht, das müssen wir auf jeden Fall auch noch nachholen und werden wir tun in einer der nächsten Vorlesungen. Damit bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Vielen Dank.